hey und leute hier ist es so cruiser mal wieder für euch und ich spiele mal the hunter primal diesmal alleine ohne maximus dafür mit facecam an und im dunkeln wie man hinter mir sehen kann und ja ich werde nur noch von monitoren bestrahlt und jetzt gucken wir einfach mal da spawnen wir nehmen mal schnell knife und karte da können wir direkt den ersten punkt setzen dann würde ich sagen soll ich sagen gehen wir jetzt erstmal gechillt nach vorne richtung der ersten kiste irgendwas ein gefleuch und gekreuch fliegt hier gerade vor mir kann man kann ja auch so gucken grafik ist auf jeden fall geil gab halt jetzt noch ein update bisschen auch so performance verbessert und so ich habe jetzt aber eine grafik einstellung alles so hoch rein gemacht wie geht und das juckt ihr nicht ich habe mit v sync laufen deswegen seht ihr auch glaube ich oben in der ecke oder auch nicht wie man das weiß ich nicht im steam overlay sehe ich halt dass ich 70 60 fps habe sieht ja schon toll aus nur dass es ein bisschen dunkel ist finde ich nicht so so da vor mir ist die kiste ja das piept auch guck mal was drin ist munition und gehen wir da mal am schlauesten hin gehen wir in diese richtung ja da macht sinn gucken wir mal vielleicht ein paar raptoren niedersnaggeln jetzt droppen die fps gerade ein bisschen aber baby raptoren sind die sind sehr schnell also diese geräusche ich sehe auch nichts ne ich tippe da unten sitzen die ich sehe auch nichts Da. 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 O. Oh, oh, o, ein großer. Walter, wie schnell ist er denn? Da ist er. Eingewand Blut Runter gerannt Er lockt mich doch hundertprozentig in der Falle Ja zu zweit war das angenehmer solche Viecher zu schnitzeln Die gehen einfach nicht kaputt Solange man hier nur mit dem Machete rumrührt Schön in Raptorennest geraten So ein Scheiß 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 das hält der aus ich habe letztens so viel gleichzeitig draufgeprügelt mit maximus ist ja der hammer ist ja nicht kaputt geht gar nicht die gehen nicht kaputt leute lasst euch ein tipp sagen sah hunter nicht alleine spielen gruß an maximus wir machen demnächst weiter wieder zusammen haut rein bis zum nächsten mal und tschüss bis zum nächsten mal bis zum nächsten mal Bis zum nächsten Mal.